Schöne guten Morgen bei L.A.A. News. Nur der Frühjahrspause, den wir am Pläts am Winter am Sommer gemacht haben, sehen wir dann auch noch mit aktuellen Aktualitäten. Marc, was hast du da schön so lange Pause gemacht? Man sieht es, und du, Steve? Ja, wie du... Ich kriege dich immer mehr, bloß dass alle mal richtig gekriegt sind. Und bloß also mal in die Zeit zurückdenken, wo man noch zusammen beim Feuersauzen, Lieder gesungen haben, Hexen verbrannt haben oder Jüden auf den Kreuz gehangen haben. Immigrantenpolitik. Marie Delvo ist zur Besicherung an einem von denen Polräumlichkeiten der Röchter, aber ganz klar pro Immigranten aus der Gebirge Serbiens. Für wir doch nicht. Noch nicht klar ist, wieso hier ein Auto kein Fallscher mit Röp hat, wie sie ihrem Heimwald fuhren. Radio Spiegel an, aber mag ich. Und auch noch gefehlt. Mir ist wie während des Geschicht. Vielleicht. Klar ist, sie wird hier ein Auto nicht mit Röparken. Freier war alles besser. Mir war Freier alles besser war, muss dem, als Freier ja noch Freier alles besser gewischt sein. Wir kommen zum Schluss. Richtig gut. Batschus am Anfang. Gleich also darin soweit. Mir gedenken den Tag, wo die Jesus für uns 2012 Jahr den Kalender erfunden hat. Das Erfindung hat von so vielen Leuten benutzt und es schadet, dass den Herr Jesus überall auf der Erde veräuert wird. Mir auch andere Leute haben einen Kalender erfunden, zum Beispiel den Herr Meier, den aber allerdings nur bis 2012 geht. Ein großer Manker, meint uns alle eine Newsredaktion. Ich bin ein Schleckerbreder. Ich bin in einem Lockendum. Er ist zu sehr gehofft gekommen. Er kommt zu einem Pursuit. Der Permi war aber nicht angezogen. Der Kupskolär hat mich wiederholt. WM-Firbereitung in Kroatien sind OP-Stüren. Der kulinarische Highlight aus dem Jahr den Street-Hot-Dog. Jux er und für richtig Nualitäten. Nur ich noch außerhalb der Pilot manuale Instruktionen nicht gelesen. Zu seiner Verteidigung, viel ist schon eine Gebrauchsanweisung. Ganz nur Motto, Learning by Flying. Hallo, kommen wir noch sehr zu der Kategorie Verschenken. Hier ist mein Hund. Sind Uge sechs Jahre. Ich habe sicher für mich ein Bestätnis. Mein Freund und mein Hund verstehen sich nicht mit meinem Uge. Und dafür muss ich nur leider handeln. Ich wünsche mir ein gutes Leben für meinen Kanz, Isabel, für ein Jahr. Guter Zünder und mein Freund, die 36 Jahre alt sind. Merci. Immer mein Freund kann er, gehen auf die Autos, die uns zurückgelöst. Lass sie nicht allein. Freund kann er einfach fahren. Historische Abdeckung zu Lützebüch. Das sind die Pläne, wahrscheinlich nicht die Pläne. Und wenn mir auch nicht mal der Case gefällt. Wir wünschen uns, dass dir ein App es wünscht. Andy Mark. Andy Steve.